So man für Spider Queen steht an, die nächste Runde in dieser Aufnahme Session. Willkommen zurück, ich begrüße euch recht herzlich und jetzt schauen wir mal. Ich glaube der erste Antrieb, den ich hier habe, ist Kälters zu picken und wenn das nicht geht, werden wir uns den guten Asmodan holen. Wir schauen mal, der will den Asmodan direkt bannen. Okay. Ich will Heider spielen und das geht auch. Ich habe das erste Mal gefunden. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Das wird sie müssen. Wir werden ein neues Schicksal schmieden. Das ist ja wahrscheinlich, dass da ein Kettel satt kommen könnte. Das sieht nicht mehr so gut aus. Ich hätte gehofft, dass er noch zu Anna wechselt. Ich hätte sich aber dagegen entschieden. Ich bin bereit. Das heißt, es wird ein Colossus Smash werden wahrscheinlich. Um die Aurier und die Jaina und auch die Sylvanas relativ schnell wegzuhauen. Das könnte schwierig werden. Der Rexer ist ein komischer Pick hier, aber warum nicht? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich glaube, wir können hier zwei Sachen spielen. Einmal Kluft des Winters, dass es ein bisschen mehr Range gibt, wäre eigentlich eine ganz gute Option, weil ich davon ausgehe, dass es ein Colossus Smash Variant wird und ein Noob, der diven kann. Deshalb werde ich mich dafür entscheiden, um einfach ein bisschen mehr hinten auf Distanz bleiben zu können. Hier ist das Blut vergrönen. Das ist toll. Das ist wunderbar. Eure Seele gehört mir. Weiter so. Heiler. Okay, Misha hat jetzt die Krone. Ich werde gleich mal zum Brunnen gehen, weil dieser Bild sehr, sehr mana intensiv ist. Oh, wie ich Gewalt verabscheue. Wählt ein Talent. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Oh, ich gehe jetzt mal weg. Und werde jetzt mal gleich mein Team da oben wieder unterscheiden. Ja, das ist einfach, dass ich das mal schon erwartet. Und das wird da oben... Ach, okay. Rexha ist leider dead. Sie hat sich ein bisschen zu weit nach vorne gewagt. Okay. 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 Hey, Sabys. Schön die Clubs mitnehmen, bis jetzt sieht es nicht so gut aus, wir können ein bisschen Gas geben eigentlich, ok, lasst uns runter gehen Die natürlich gleich wieder Ring des Frosts, auch wenn wahrscheinlich das Water Limit hier sogar besser wäre gegen den Varian einfach um uns ein bisschen zu protecten und auch die Silbe und die Auri ein bisschen zu protecten deutlich einfacher für uns wäre Die dunkle Leere erwartet sie Wählt euren Pfad Na, ich gebe Water Limit, ich habe das Gefühl, dass es hier deutlich besser ist Nice, das war close Oh, und dann gehen wir auf Level 13 Mh, bitte mal gucken, okay, Sturmfront schon gehen Komplett auf die Range, komplett auf den Blizzard So, Water Limit hier jetzt einfach für den Varian bereithalten und eventuell dann auch für den Anoop Oh, oh Hm, diese Leiche könnte sich noch als nützlich erweisen Ich gehe mal zurück Ich gehe mal zurück Oh, der Glück hat. Uh oh. Come back. Ausgezeichnet! Die Spinnen werden an eurer Seite kämpfen! Stimmt! Reiß dieses vor nieder! Lasst nur Schutt und Asche zurück, meine Töchter! Ich habe ein gutes Gefühl... Wenn wir auf EDC warten, was er jetzt vorhat... Die Mitte wahrscheinlich reinhauen... Bitte lasst nichts als raufende Ruine! Ich habe leider kein Mana mehr, was ein bisschen eklig ist... Nein! Niemand widersteht dem eisigen Haus des Todes! So was das? Ja, ich denke das Kiep holen und dann sollte man weggehen... Ja, macht das mal noch! Ich gehe lieber zurück! Ich habe wahrscheinlich noch einen Blizzard reinsetzen, damit es ein bisschen schneller geht... zu wählen! Bringt sie mir! Jetzt! Wählt euren Pfad! Ich habe nur Stähne mit euch! Ich muss noch eine Globe mitnehmen und dann... ETC! Lass uns die Personer rekrutieren! Ah! Jemanden wie euch hätte ich in Andorhal gebrauchen können! Ausgezählen! Die Delegion! Am Boss können wir eigentlich machen... Sie müssen jetzt sowieso defenden... Mal gucken, vielleicht kommen sie nochmal um die Ecke... Könnte durchaus sein... Ähm... Ihnen ist ja jetzt vielleicht lassen... Machen lassen... Wenn Sylvanas da ein bisschen reinpusht... Ja, die haben es noch nicht gecheckt... Die hier oben gleich defenden, würde ich sagen... Ich habe dirOME, was ich trinke�... ...und sie wärmer. Die sind schon für viele Ideen... … aber es ist ja schon nicht... Das ist schon nicht... ...und dann sind zu schön... ...und dann können wir auf die Karte hintern... Sie sind mit deinem Karte... ...und sie an. Wir sollten das Save Hunter spielen und die hier einfach fänden, die Fischer. Wir sollten das Save Hunter spielen und die Fischer. Nicht euch oder sterbt. Mich kümmert es nicht. Unaufhaltbar! Ja, da sollte Sylvie vielleicht nicht unbedingt... Hey, kann ich hier drüben etwas Unterstützung kriegen? They are coming for you. Ah, die spielt jetzt aber echt gut, diese Sylvanas. Lass uns aufbrechen. Ich warte auf die Juwelen. Bringt sie zu den Taten. Bringt mir ihre Macht. Es gibt keinen drinnen. Und jetzt wird die Welt vorgesehen. Doppelkill! Dann können wir die Mitte kurz clearen. Da vielleicht noch einen Globe abzukriegen. Ja. Das war's für heute. Ich habe große Pläne mit euch. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich denke, wir haben das Ganze drunter gespielt. Ich glaube, Rengas Frost wäre auch eine gute Idee gewesen. Aber Water Elemental, glaube ich, ging ihm war ja ein bisschen besser. Von daher haben wir hier, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen. Ja, wir hatten das Team ganz gut im Griff. Die Silvanus hat sehr gut gespielt. Genau, wie der Rexa und die Auriel. Da kann man nicht viel gegen sagen, glaube ich. Wir haben sie sehr gut gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Wenn es dann heißt, ja, Heroes of the Storm und Mr. Daddeln. Das war's mit meiner kleinen Aufnahmesession. Bis zum nächsten Mal. Tschö.